Wir sehen also, in zwei oder anderthalb Minuten können wir uns auf die Siege erfreuen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank, meine Damen und Herren, das ist eine große Ehre für mich zu starten die Medal Award Ceremonie für den Kategorien Jumping Medium Team. Damen und Herren, ich würde mich für den Kategorien der Kategorien Jumping Medium Glückwunsch machen. Natürlich müssen wir den Kategorien, den Kategorien der Kategorien und den Kategorien der Kategorien, Krista Briemer, die mit den Kategorien und den Kategorien sind. Vielen Dank, meine Damen und Herren, der 3. Platz und die Bronze Medal geht in Hungary. Vielen Dank, meine Damen und Herren, der 2. Platz in Magdeburg. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren, der 2. Platz in Magdeburg ist der Kategorien der Kategorien. Der 2. Platz in Magdeburg ist der Kategorien. Der 2. Platz in Magdeburg ist der Kategorien. Die Kriste aus Magdeburg ist der Kategorien und der 2. Platz in Magdeburg. Der 6. Platz in Magdeburg ist der Kategorien. Ladies and gentlemen, the first place and the gold medal. Of course, the winner of this competition, jumping medium team, is the France. Ladies and gentlemen, the winner of this competition, jumping medium team, is France. Congratulations! Ladies and gentlemen, the best three teams of jumping medium teams. Congratulations! The first place, Hungary. The second place, Czech Republic. And the winner is France! And now, ladies and gentlemen, I would ask you to stand up for the national anthem of France. Here we go! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020